Hallihallo, da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen hier bei Rayman76. Heute wieder mit dabei, meine Wenigkeit, die Nico. Hallo Rayman. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und eine weitere Runde Captive Minecraft 4. Ja, letztes Mal haben wir ja schon versucht, hier ein bisschen nach unten zu buddeln und die Monsterchen zu suchen. Wir brauchen ja ein bisschen Knochen und sowas für unsere Bäume da oben. Wollen wir gleich mal runter gehen und am besten mal gucken. Aber Vorsicht, ne? Ja, wir gehen runter. Ich habe ja schon angefangen, hier eine ganze Menge abzubauen in der ersten Folge. Das ist jetzt ja unser zweiter Teil. Und, huch, wir falten mal die Kieselsteine durch hier. Ähm, alle Löcher, die ich hier so entstehen lasse, bitte mal einmal wieder schließen. Sonst kriege ich gleich Schimpf. Bist du gefressen worden, oder warum bist du ruhig? Nein, noch nicht, aber es wird lauter. Ähm, jetzt weiß ich allerdings nicht, ob du dich weiter nach unten buddelst, oder? Ähm, ich buddel mich weiter nach unten, aber irgendwie, äh, trau ich mich da nicht so ganz mit Fackeln. Haben wir denn noch keine Kohle gefunden hier? Ähm, also ich habe jetzt Bruchstein, Diorit, habe ich. Bist du auch noch kaputt gegangen. Kies und Granit, habe ich ganz viel. Ja, guck mal, das ist nicht so viel mit anfangen. Wir brauchen Kohle. Das ist aber blöd, du. Kohle und Holz brauchen wir. Oh nee, hörst du mir zu laut hier. Du kannst, du kannst ja am besten mal nach oben gehen, gucken, ob die, irgendein Baum schon gewachsen ist und vielleicht den so mal abholen. Ja. Boah. Mach ich sofort, wenn ich meine, deine hier, fein säuberlich, abgetragen habe. Huch, mein Ding ist kaputt gegangen. Mein Ding ist kaputt gegangen. Na gut, jetzt habe ich kein Ding mehr. Dann musst du gerne eine neue craften. Warte, hier hast du ein paar Steine. Ne, jetzt habe ich alles genug. Achso. Steinen und so. Ich bin jetzt auf dem Weg nach oben. Und check mal die Lage. Neum, neum, neum. Ähm. Wie geht das? De Bäumche. Also hier ist noch kein einziger Baum. Ja, da spawnen ja nachher auch montiert, dass oben, wenn die Fläche groß genug ist. Also Steine haben wir ja schon mal genug. Wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt mal irgendwas andere finden. Also bei Gelegenheit mal irgendwann, ne, so Folge 5, Folge 6 baust du doch mal eine verdünftige Treppe her, ja? Ja. Ja. Hörst du den lachen? Hier lacht doch einer. Der lacht nicht. Also ich probier jetzt gerade mal so'n bisschen. Boah, das tut immer lauter hier. Machen. Schade. Ja, man sein können, dass die Idee von mir passt. So, ich muss jetzt. Da sagt einer. Damit was? Da lacht einer. Ja, sagt denn so. Da lacht denn. Da lacht. Da lacht ich jetzt schon aus. Jo, da lacht mir irgendwo jetzt schon aus. Oh, oh, hier ist aber laut. Jo, ich hör's. Hahaha, was ist denn das für'n... Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir brauchen definitiv Fackeln da unten. Weil sonst sieht's böse aus. So. Hast du dich jetzt einmal im Kreis hier nach unten gebaut? Im Kreis? Da rein und da wieder raus? Fluch. Fluchtweg. Fluchtweg so. Fluchtweg so. Fluchtweg so. So, hier. Bist du dir sicher? Ja, jetzt. Guck mal, ach, die neune. Das ist nicht gut da unten. Ach, da ist ne Hexe. Oh, du bist weg. Da ist ne Hexe. Ich geh nicht so an. Hast du jetzt das Loch zugemacht? Ja, ich hab das Loch zugemacht. Jetzt bevor die dich angreift und mich tut. Du hast übrigens ein Pfeil im Vorfahren. Das ist nicht schlimm. Was gibt'n Abbau unten? Aber da können wir doch nicht einfach so runter gehen. Oh. Voll erwischt. Du hast nen Pfeil. Ja, ich weiß. Wir brauchen... Mach mal Deckel erst wieder drauf. So. Mach mal Deckel drauf und zünd an. Haben wir TNT. Wir brauchen unbedingt Holz. Du musst nach oben gehen. Gucken, dass wir an Holz kommen. Damit wir uns irgendwie... Äh, keine Ahnung. Irgendwas brauchen. Irgendwas machen können. Vielleicht. Warte mal ein. Vielleicht. Klappt das besser? Gibt's hier auch irgendwo... Ach so, eine Kiste wollte ich mir nach oben nehmen. Da können wir die ganzen, ähm... Setzlinge nachher reinmachen und sowas. Dann brauchen wir die nicht immer mitschleppen. Ja. So. Also hier ist es auf jeden Fall wird's gerade wieder Nacht. Bist du auch oben? Ich komm grad hoch. Zack, 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 zack. Ja, ich bin oben. Wollte nach den Bäumchen gucken, ja. Die Bäume wachsen auch nicht. Guck mal, eine Schicht kannst du hier schon wieder wegmachen. Ähm... Ähm... Wie meinst du? Na hier, an die Wände. Einen Block kannst du an den Wänden schon wieder wegmachen. Ach so. Stimmt. Wir können dann nur hoffen, dass wir wieder auf eine Truhe stoßen oder sowas. Ach man, das ist aber auch wenn man eine ganz bestimmte Sache sucht und die dann nicht findet, wird's nicht einfacher, ne? Ne, wir brauchen, wir brauchen Holz und Kohle. Ja, Kohle bräuch ich immer. Also das ist, äh, Minecraft wie RL. Ja, wenn's so gut ausgehen. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr irgendwie Tipps habt... Wenn ihr irgendeine Kohle habt oder so, ne? Das sagt mir Bescheid. Wenn ihr, wenn ihr irgendeine Tipps habt, ähm, und Ratschläge oder so, könnt ihr gerne einen Kommentar unten hinterlassen. Äh, ah, warte mal. Ach ne, da komm ich aber noch nicht dran, ne? Hier ist Wasser. Also wir sind in der Nähe, also wir kommen irgendwann an Wasser dran. Was machst du denn? Die Etage brauchst du nicht abbauen. Du brauchst doch die Etage, möchte ich jetzt aber abbauen. Na gut, ich geh schon mal wieder unten gucken. Ja, guck du mal, ob die Hexe noch da ist. Meinst du, ob ich das gegen die Horde schaffe? Nee! Jetzt hab ich vergessen, oben, äh... Das glaub ich, Erwin. Kannst du nicht die Pfeil und Bogen craften oder so? Tag... Day 18? Day 18? Final... Eh! Keine Ahnung! Wo ist das drin steht? Wo steht da was andere drinne? Tag... Day 34? Also... Wahrscheinlich müssen wir die Bücher aufheben. Das sind Fragebücher. Einmal Tag 18 und einmal Tag, äh... 34. Hm. Ich hab jetzt den Tannen ein bisschen mehr Platz gegeben. Also sprich... Weiß schon was ich machen. Bisschen mehr Dinge drumrum gebaut hier. Vielleicht... Ich hab das jetzt schneller. Okay... Pff... Weil manchmal... Also das hatten wir mal gehabt, wo ich letzt... Vorletztes Jahr noch mit ihr gespielt habe... Was haben wir da noch mal gespielt? Wie hieß das? Äh... Frage. Wo wir so viel gebaut haben und so. Und da... Ähm... Weiß ich, dass... Manche Pflanzen... Mehr... Ähm... Was war das? Oh... Raymond wurde durch Creeper in die Luft gespenkt? Ist das dein Ernst? Ja. Ich muss da noch mal runter. Ich komm noch mal wieder. Jetzt hab ich kein Schwert mehr. Ich brauch... Ich brauch mir ein Schwert. Gib mir... Brauch ich mir mal dein Schwert. Bevor der Neue... Bevor der Neue... Bevor der Neue spawnen. Ich muss da noch mal runter. Ich muss gegen die Horde... Ich muss die... Horde... Aber du siehst... Aber... Schön, dass du mich unterbrochen hast. Punkt eins. Aber zweitens... Du kannst ja sterben. Ist ja nicht schlimm. Ja. Hab ich doch gesagt. Soll ich dir helfen? Ich wollte gar nicht helfen. Mist. Hat der Creeper jetzt... Ja. Wat? Niko Bauer wurde durch... Hey! Da hab ich Creeper in die Luft gesprengt. Oh man, ich komm da nicht mehr runter. Ich hab meine Rüstung voll verloren. Ich hatte ne Rüstung. Ja, die haben wir vorher ausgezogen. Du hattest ne Rüstung? Ja. Wie hast denn du ne Rüstung gemacht? Das war ne Truhe drin. Schön. Die hättest du mir mal geben sollen. Dann wird ein bisschen weitergekommen. Das war ne Holzrüstung. Mal hin, ne? Hätten wir die auch verbrennen können? Ja. Aber wir brauchen eh... Wir brauchen... Wir brauchen Holz. Äh... Bam... 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 Ich brauch ein Schwert. Ich brauch ein Schwert. Zack. Mein Gott, ist das aufregend. Da kannst du so ohne weiteres nicht runter. Ich hab auch nichts mehr gesehen. Ja, ich bräuchte ne Fackel zum Ausleuchten. Das ist das Ganze. Gib mir mal die Fackel hier. Ja, du kannst mich hier alleine lassen ohne Fackel. Ah. Ich renne. Ich renne. Ich komme. Aua! Guck dir von hier oben zu. Oh, hier steht ein Baum. Oh, hier oben bei uns? Ja, kannst du den Baum abpflanzen. Ja, kannst du den Baum abpflanzen. Und du gehst weiter kämpfen, oder was? Ja, ich hab's ja fast. Licht ist schon mal unten. Ich hab's ja gleich. Aua! Gleich, alle durch. Jetzt ist ja hier gar kein Licht mehr. Guck mal, dann hat das geholfen, mein... Ich geb den Pflanzen ein bisschen mehr... Was denn? Ein bisschen mehr Platz, damit sie wachsen können. Dann hat das was gebracht. Ja, bestimmt. Ich hab da ja ein bisschen, ne? Ein bisschen mehr... Ähm... Dirt heißt das, ne? Dirt hingetan. Damit sie... Auf, auf in die nächste Runde. Ich hab ja noch nicht mal ne Rüstung, das hat das Problem. Ich bin ja noch nicht mal geschützt. Und du, ein Skelett tötet dich. Du hast wieder was erzählt. Ja, äh... Monsterjäger. Ich hab's so fast. Huch! Du könntest mir ein paar Schwerter nachcraften, ein paar brauche ich noch. Da seid ihr gleich wieder tode. Ey, ich bin grad jetzt mal an einem Baum hier am upcraften, ne? Am upcraften ist auch gut. Da ist ja wieder neun. Ach, zwei Hexenbegriffstitionen gegenseitig. Wie geil ist das denn? Bringt euch mal... Bringt euch mal gegenseitig um. Wann, tun wir die Wetter ausgebildet. Ich hab bis jetzt noch keine neun. Ah, hier gibt's Kohle! Hier gibt's Kohle und Eisen. Das ist natürlich sehr gut. Ich bräuchte mal hier unten... Äh... Ein paar Pick-Aps. Einmal Kohle hab ich schon. Oh, Essen gibt's hier. Oh, hier gibt's alles. Du, ich hab keinen einzigen Setzling dabei gehabt. Für neuen... neuen Baum. Du könntest... Wenn du gleich mal fertig bist, ne? Ja. 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 Was möchtest du denn? Krieg ich die nicht. Krieg ich die. So, ich hab jetzt hier... Ich krieg die. Ich krieg die. Ja. Ich bin zu mir konzentriert hier. Hast du die Monster alle weg? Kann ich kommen? Ja, zwei Hexen bekriegen sich da noch. Aber die sind so... Beide so miteinander beschäftigt, dass die mich gar nicht bemerken hier. Ich kann hier gar nichts abbauen, weil ich gar keine... gar nichts mehr habe. Guck mal, die sind beide in der Ecke da unten. Hast du es den Zuschauern schon gezeigt? Ja, ja. Ich buddel sie grad mal ein bisschen ein, damit sie mir hier das schon anhaben können. Oh, hier liegt ja alles Kohle und so, ne? So. Jetzt kannst du runterkommen. Die sind beide so beschäftigt da. Guck mal, deine Ecke. Ich bin schon da. Ja, ja. Ich hab schon gesehen. In der Ecke. Hast du... Ich kann jetzt nur leider nichts abbauen. Doch, hast du Pick-X mitgebracht? Nee. Das ist schlecht. Solltest du mitbringen. Ich weiß ja gar nicht, wie das gecraftet wird. Du musst jetzt... Äh, äh... Oh, hier ist Wasser. Guck mal. Eine Wasserquelle. Aua! 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 Wie kommt man da jetzt wieder hoch? Jetzt muss er erstmal... Gehen die denn auch irgendwann mal kaputt, oder? Ich weiß es nicht. So, ich muss jetzt irgendwie mal hier hochkommen. Oh, da liegt... Ey, da liegt alles voll da unten. Bist du da gestorben? Wo kommt man da dran? Nee, komm ich ja eben nicht. Äh... Ich hol erstmal Fackeln jetzt. Ich mach uns erstmal eben Fackeln. So. Komm ich nicht dran, ne? Sind Hexen denn schwer zu töten? Irgendwie hab ich die nicht... Äh... Getötet bekommen. Keine Ahnung. Oh, da liegt... Spinn... Spinnenseide-Ding ins Essen liegt da. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, äh... Ah, die haben mich gleich getötet hier. Ja, dann warte doch bis ich da bin. So, Eisen... Ja, die rät's doch auch. Ja, das dauert 5 Minuten. Da ist hier noch Zeit. So, Essen... Fackeln. So, äh... Da. Ich komm jetzt erstmal mit... Verrottetes Fleisch. Ich komm jetzt erstmal... Zum Ausleuchten da unten. Runter. So, zack. Fackeln rein. 5 Cola hab ich. So, 28 Fackeln sollte erstmal reichen. So, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme runter. Hier erstmal ein bisschen ausleuchten hier. Wenn die wenigstens mal sterben würden. Oh... 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 Das Leben. Ganz wichtig. Dieser Leben. Oh... Und du... Man regeneriert sich ja gar nicht, wenn man Herzen verloren hat. Und wo ist jetzt... Wohin? Da, aber den Hexen direkt an die Füße. Ich weiß nicht, warum die nicht totgehen. Hm. Mich haben sie auch wieder getroffen. Ich denke mal, das ist dein ganzes Inventar, was da unten liegt. Ja, vor ein... Oh, ich hab ne Lederjacke gekriegt. Vor allen Dingen ärgerlich, äh, meine ganzen Fackeln. Meinen ganzen Vorrat an Fackeln. Mach mir mal hier auf, damit ich da ganz schnell wieder rauskomme. Wer lacht da denn so? Oh, ich hab... Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ah, ich bin vergiftet. Menno, nein, nein, mein Inventar. Ich reganiere mich wieder. Boah, ey. Das war knapp. Ah, ich hab mal jetzt auch alles wieder. Schnell weg hier. Hast du alles wieder? Ah, ich muss was essen. Hier ist... Hier hast du schon mal ein Schwert. Ich hab... Ja, hast du Essen? Hast du Essen? Nee, gib, 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 gib. Ganz schnell. Ich hab nur noch einen. Ja, reicht. Guck mal, wir müssen hier drüben gucken. Hier können nämlich auch welche runterkommen. Es ist alles offen hier. Ähm, sehe ich schon. So, eine Pickaxe, die ist aber gleich wieder kaputt. Guck mal, hier. Guck mal, so. Oh, noch... Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Du. Du, 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 du. Dass sie nicht kaputt gehen. Ja, echt. Also das ist wirklich ein Ding. Oh, jetzt ist es mir in der Zwischenlauf. Jetzt weiß ich, wir müssen die abhauen. So. Oh, schmeißen. Ich geh erstmal schnell wieder hoch. Ja, ich, ähm, komme mit hoch. Hier gibt's für mich auch noch Leben. Ich meine, das ist ja spannend hier. Aber echt, ey, warte mal, ich wollte mal eins oben gucken, weil du hattest irgendeine Errungenschaft wieder. Ey, du musst hier unbedingt mal bei Gelegenheit vernünftige Treppen bauen. Kannst du mir ne Aufnahme machen oder auch nicht? Das ist ja schrecklich. Wir machen mal einen direkten Gang runter oder so mit einer Leiter oder was weiß ich, keine Ahnung. Genau, genau. Also das war ganz schön, so fürs nächste Mal baust du einfach, wenn die Zuschauer da mit einverstanden sind, natürlich, einfach mal ne Treppe, weil das ist alleine, also das ist halt irre hier. Kreuz und quer, das ist ja mal gar nichts für mich. So. Aber wir haben schon mal den ersten Hohlraum ausgehoben, würde ich sagen. Ja, ich seh wieder Tageslicht, bin ja glücklich. Bist du oben? Bin jetzt mal einmal oben, ja. Ich mach hier erstmal wieder überall Fackeln hin, damit's hier wieder ausgeleuchtet ist, so. Hier wächst irgendein Grünes. Ne, ist aber Dirt. Ist aber Dirt. So. 40, ah, ich brauch noch ne zweite Truhe. Hab ich doch da, zwei Truhen. Die Truhe hab ich ne Truhe getan, die Truhe, Truhe. Aber glaubst du, da hat mir jetzt mein Arm grad eingeschlafen? Na, wie kommt das denn? Hast du schon gesehen hier, lecker Kaninchen-Ragout? Hab ich für uns besorgt. Kaninchen-Ragout? Lecker, 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 hier ne Truhe. Lecker Kaninchen-Ragout. In der großen, jetzt in der großen Truhe. Jo. Kaninchen-Ragout. Was ist das? So, ein bisschen hab ich ja auch noch. Verrottet, wie sieht ein verrottetes, verrottetes Fleisch denn aus? So ein bisschen ähnlich wie Kaninchen-Ragout, ne? Ja. So. Ja. Ja. Der Kantietruhe nämlich weg. Wollen wir hier ein bisschen Platz reingehen. Ah, ui. Da hab ich beißt runtergesegelt hier. So. Also, das Loch hast du bestimmt, die Falle hast du bestimmt dahin gebaut. Ja, ja. Ja, ja. Klar. Was machst du jetzt? Nimmst du alles? Ich mach bloß ein Eben. So. Oh, hier hinten ist noch ne Fackel. Ich hab noch ne Fackel. So, sehr schön. Nice. Nice. Okay, dann würde ich sagen, das soll's für die Folge auch schon gewesen sein. Guck mal. Siehst du? Da hinten. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Bei mir hier. Komm mal her. Guck mal. Guck mal. Wo bist du denn? Da. Siehst du da? Ja. In dem einen müssen drei Goldblöcke, in den anderen drei Diamantenblöcke und in den anderen drei Smaragdblöcke. Ja, sehe ich. Und das gleiche, wenn du hier hingehst, ne? Ja. Kommst du jetzt noch nicht drauf, ne? Dann zeigt er dir an, was da rein muss. Siehst du das? Ja. Und die Blöcke musst du die Farbe färben. Und irgendwie musst du das, musst du alle, alle, ähm, Dinger voll machen. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und du brauchst, äh, und diese Farben, die sind rar. Also du brauchst, ich hab schon Klee, ähm, dreimal jetzt. Ich brauche, weiß jetzt nicht, ob man Ton dafür braucht oder Klee braucht, äh, um die Blöcke da aufzustapeln. Aber. Ja, du musst dann rausfinden. Genau, das können wir ja dann rausfinden. Aber für diese Folge, denke ich, soll es erstmal gewesen sein. Ja, dann würde ich sagen, äh, woh. Falsche Taste gedrückt. Ich wollte die F5-Taste drücken. Und zwar zweimal. So. Jetzt sieht man uns auch vernünftig. So, liebe Zuschauer, ja. Dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir oder uns bei, wie immer, gerne ein Like hinterlassen. Ja. Ihr könnt uns gerne Kommentare, äh, schreiben. Ähm. Ich wollte schon wieder abpauen. Du wolltest schon wieder abpauen, ja. Ja, ja, ich wollte schon wieder abpauen, ja, ja. Mit, äh, Tipps oder so. Wenn ihr Tipps habt, wie es, äh, wie wir weiterkommen oder so, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt darfst du was sagen. Die Abschlussworte. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ja, das war schon Folge 2 gewesen. Von diesem ominösen, äh, Spiel hier. Und ich freue mich jetzt schon auf Folge 3 und so und auf 4 und auf 5000. Da sind ja bestimmt noch einige gekommen. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt genauso einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.